Hallo. Also, äh... Ja, der går ikke ordentligt. Ante! Har du kikket på hånden og lidt klavir? Nej, vi kan da ikke ordentligt. 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 Nej, det er mig i snart eller spil. Hej, Ulof, du spil. Nej, det er ikke lige, det er bare en led. Ja... Vi gønnen euch als Publikum Momente der Stille, weil wir der Meinung sind, dass so viel Lärm ist auf dieser Welt und deswegen einfach ein bisschen Ruhe zwischen den Songs, entspannen, wieder einstellen auf den neuen Song, der als nächstes kommt, schon mal vorbereiten, geistig. So, okay. Und nicht vergessen, Bier trinken. Ganz wichtig bei der Hitze. So, okay. So, okay. Musik 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 Danke.